Hallo, der Martin hier von MoneyMonkeys, die DAX-Analyse für den Donnerstag, den 16.01.2020. Es ist schon mein zweiter Versuch. Die ersten zwölf Minuten habe ich ins stummgeschalte Mikro gesprochen. Kann man mal applaudieren. Das kann man mal abends nach 22 Uhr machen. Muss man nicht. Trifft es eigentlich für den DAX auch ganz gut, was der hier macht. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Ist nämlich ein bisschen wackelig, wird langsam auch ein bisschen gefährlich auf der Unterseite. Ich mache jetzt mal nicht alles zurück. Ich habe aber eigentlich bloß die Pfeile nach rechts geschoben. Die sind alle so noch gewesen auf der linken Seite. Wir hatten hier oben gesagt, über 4,85 hätte er gute Chancen oben raus. Hat er gar nicht nutzen wollen. Nicht ansatzweise, gar nicht probiert. Und unten hat man gesagt, wäre dann ein weiteres Tief noch mal denkbar, wenn er eben hier oben nicht liefert und eher abrutscht. So, was ist es geworden? Irgendwie so ein Geschmierer dazwischen. Einfach nervig, penetrant, eklig, gering, Volatilitätsgetrieben zur Seite. Ja, ist nun nicht der Hit, was er uns geliefert hat. Müssen wir jetzt aber erstmal mit leben. Relativ offensichtlich haben wir jetzt hier auch eine Flagge im Chart stehen. Auf allen Zeiteinheiten sehen wir die eigentlich. Eine Flagge an sich in dem Steigerungswinkel abwärts gerichtet. Müsste man hier als bullische Flagge werten. Also nicht müsste man, sondern das ist so. Das ist eine bullische Flagge an sich. Warum heißt die bullische Flagge? Weil sie beim Auflösen dann meistens eine bullische Trendfortsetzung erwirkt. Dieses Auflösen ist aber eben der Knackpunkt. Das muss nämlich kommen. Erst dann kriegen wir das Signal für diese Flagge. Und deswegen wäre es wichtig, dass der Markt hier über die 450 wieder drüber geht, über die 500. Über der 500 haben wir positive Signale, drücken den Chart wieder ins Positive rein, haben Chancen auf 530, 560 und 600. Müssen es aber auch liefern. Genau wie am Vortag. Einfach gesagt, für den DAX ist aber dann doch relativ schwer gewesen, sich da oben hin zu handeln. Jeder hat sich den ganzen Tag hier feiern lassen und eher zur Seite runter geschoben. Wir hatten ja hier kurz erwähnt, bei 400 wäre so eine kleine SKS-Chance. Die ist erstmal angespielt, aber nicht verwandelt, weil dafür muss er nämlich auch hier oben drüber. Tja, haben wir viel gekonnt, aber am Ende doch nichts. Man sollte ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, Flagge ja, aber Flaggen enden meistens auch nochmal mit einem finalen Tief. Und wir haben Donnerstag. Donnerstag schlagen oft sehr intensiv aus. Dann rennen meistens dann doch in die andere Richtung los. Also so eine Geschichten wie mal kurz 150 Punkte runter und am Ende trotzdem 150 Punkte im Tagesplus schließen. Das ist eher typisch für Donnerstage. Das möchte ich mal immer zu bedenken geben. Denn wir haben ja unten auch noch so einen interessanten Bereich um die 385. Ja, ich werfe das mal so einen Ring. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn der nicht nach oben drückt von Anfang an und sich hier unten nochmal drunter legt, unter die 380, unter die 390, gehe ich davon aus, dass es den hier durchdrückt. Dann laufen wir hier auf die 350, dann laufen wir hier auf die 320, dann laufen wir bestimmt auch auf die 300. Das denke ich schon. Und dann kommt es darauf an. Entweder schiebt er sich dann von hier schnell wieder nach oben und kriegt dann seine Umkehr rein. Drückt sich dann von hier über die 500 und kann dann den Rest später machen. Gegebenenfalls auch erst am Abend. Oder er fängt sich halt hier gar nicht. Und sollte die 300 hier nicht halten, ist hier unten ein bisschen, wird es dann gefährlich. Und dann hat er sich hier so relativ unscheinbar eigentlich richtig schön eingetriggert. Ohne dass man da unbedingt das genießen konnte. Also ich glaube auch die, die short sind, denen klingt das jetzt mittlerweile so auf die Nerve. Die sind bestimmt schon raus. Und das hat man oft im DAX, dass der dann auch mal hinten raus beschleunigen kann. Und sich dann so wegkippt hier. Und deswegen aufpassen. Für mich so die 300, 285 ist hier echt die wichtige Zone. Darunter ist für mich Risiko. Im Zweifel sogar bis 1,90, 1,70 und tiefer. Möchte ich schon sagen. 13,100, 13,45. Das Risiko ist dann da, wenn der Bereich hier nicht hält. Also wird sehr interessant, wie der DAX zum Donnerstag sich verhält. Es ist der letzte Tag jetzt vor dem Verfall. Es ist zwar nur kleiner Verfall morgen, beziehungsweise am Freitag. Aber es ist der letzte Tag vor dem Verfall. Da wird da nochmal ein bisschen was hin und her geschoben. Ja. Also, sie nehmen mit. Oberhalb von 4,85, 500 brauchen wir im DAX. Man kann machen, was er will. Er muss seine Flacken lösen. Er muss brechen. Er muss Signale generieren. Neue Signale, frische Signale. Ansonsten läuft der Gefahr, hier unten abgestraft zu werden. Ein Abstrafungsziel Nummer 1 wäre dann die 300 rum. 300, 5, 2, 85. Ein zweites Abstrafungsziel wäre 13,1,90, wenn es ganz katastrophal wird. Und das ist nicht viel. Das sind 200 Punkte. Er schafft unser DAX locker an dem Tag. Er schafft auch 300 oder 400 Punkte an dem Tag. Ja. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns hier nicht von der geringen Volatilität am Mittwoch jetzt verleiten lassen, zu denken, dass der nicht viel schaffen kann. Ne. Auch wenn man anschaut, wie die Stundenbänder hier zusammen sind. Wenn Sie mal gucken, wie weit hier Stundenbänder auseinander sein können. Das ist ja nicht normal. Das ist ja schon deutlich gering. Da könnte man sich auch mal überlegen, ob man vielleicht jetzt hier zum Donnerstag mal einen Volalong reinlegt. Weil das ist ja extrem gering. Ich weiß nicht, wo der momentan steht, der Volatilitätsindex. Sollte der aber sehr niedrig notieren. Wäre anhand der Bollinger-Bänder das schon ableitbar, dass man da vielleicht mal auch einen offenen Long setzt. Aber das können Sie sich ja selber mal angucken. Okay. Gut. Also wir haben hier oben den Bereich. 4,50 wäre erst das Signal nach oben. 5,00 würde das bestätigen. Ansonsten haben wir hier oben eben noch Puffer. Kann er sich Schwung holen. Wichtig wäre dann schnelle Umkehr. Starke grüne Kerzen müssen kommen. Ansonsten Abbrutschgefahr bis 13,200 runter. Die ist da. Damit würde ich die Stunde schon schließen. Noch kurz auf den Tagesschart gucken. Hier möchte ich aber auch gleich sagen, möchte ich nicht viel zu sagen. Der Tagesschart ist irgendwie nicht mehr so mein Freund. Das gefällt mir nicht, was der hier macht. Es geht ja schon ein bisschen länger hier. Eigentlich schon seit Anfang November, dass der hier so komisch rumeiert die ganze Zeit. Und dann wirklich hat er halt keinen richtigen Trend mehr. Es ist seit November, seit Anfang November hier ein reines Seitwärtsgeschiebe. Jedes Mal, wenn ein neues Signal kommt, geht es erstmal immer wieder zurück oder seitwärts. Schon ein bisschen anstrengend. Stand jetzt liegen wir immer wieder auf dem Trigger von oben auf. Haben das Vortagesschart nicht unterboten. Das ist erstmal ein bisschen eine Entwarnung. Wir haben aber auch auf der Stochastik hier ein Verkaufssignal. Schwierig. Ich würde mal so sagen, hier aus dem Tagesschart könnte man jetzt höchstens ableiten, dass unterhalb von 3,60. Dann ein Erreichen des mittleren Bollinger Bandes drin wäre. Das liegt um die 13.35 rum. Und wenn das nicht hält, ja, im Zweifel sogar 13.100 erst wieder. Und da sind wir auch bei dem Thema hier. Stunde, wenn die 13.300 nicht hält, ist hier echt nach unten. Das wird gefährlich. Und wenn der hier unten steht, dann mein Gott, da glauben sie aber mal, was dann wieder los ist. Dann bricht der Pessimismus aus, aber im ganz Extrem. Also das glaube ich schon. Da ist dann sofort die 13.600 gestorben. Aber für das ganze Jahr wahrscheinlich. So negativ wird man denken, wenn der Dachs hier unten wieder steht. Wäre eigentlich ein schönes Ding. Hier, zack, richtig hier so in so einen ganz nervischen Bereich und dann rausrennen. Nochmal so einen Schub wie hier. Nochmal oben raus und dann auch oben drüber. Wir schauen mal, was kommt. Wir interpretieren mal nicht zu viel rein. Nicht zu viel denken. Man handelt oft am besten, wenn man gar nicht einfach sein Setup da durchzieht. Entweder die Signalkerzen kommen und man handelt die oder eben nicht. In den Momenten, wo man immer auf irgendein Ziel unbedingt hin will oder irgendeine Strecke unbedingt mitnehmen will, ist es oft so, dass man dann eher auf die Nase kriegt. Ist einfach so. Deswegen am besten rechts die Skala ausblenden, gar nicht hingucken und darauf achten, wo die Signale kommen. Dann eben da mitgehen. Ja, gut. Okay, dann bin ich jetzt glaube ich sogar ein bisschen schneller durchgekommen als vorhin. Das ist ja auch schön. Da wird mir nicht so viel vom Abend hier gestohlen. Dann. Ja, drücke ich Ihnen die Daumen. Maximale Erfolg. Ich setze hier unten mal noch den Pfeil hier unten rein. Für den Pfeil, dass wir doch eine Überraschung kriegen. Weiß nicht. Das war irgendwie ein komisches Gefühl für den Donnerstag. Der hat Potenzial ein bisschen zu ärgern. Der hat Potenzial zu stänkern jetzt. So klein wie der Mittwoch war, hat der Donnerstag viel Potenzial zu stänkern. Schauen wir mal, was kommt. Ich drücke Ihnen die Daumen. Maximale Erfolge. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao.